Du suchst Tipps und Tricks, um besser Survivor oder Killer zu spielen? Dann äußere mir doch gerne deinen Wunsch unten in den Kommentaren. Und mit etwas Glück ist dein Wunsch mein nächstes Video. Wunsch von Let's Play mit Sarion. Ich wünsche mir gerne mal eine richtig tolle Runde mit Ghostface D. Aber da sie das noch nicht reingemacht haben, das kommt er später mit einem Patch rein, dass er mit Schränken tagieren kann, ist das quasi sozusagen die Alternative, um Leute auch im Schrank holen zu können. Sag ich jetzt einfach mal. Und deswegen finde ich das okay. Oh, ich hab einfach vergessen. Ich muss ja hier ein Ding jetzt machen. Ist hier wieder reingegangen? Geflüster ist aus, okay. Geflüster ist aus. Da hinten, okay, okay. Stealthy, stealthy, stealthy. Okay, Geflüster ist immer noch aus. Okay, da hinten. Na, war vielleicht ein bisschen zu früh. Ein Ticken zu früh. Na, ne, ne, ne. Schaff ich. Hi. Da geben wir einen Schlampigen mit. Okay. Und der hat jetzt... Selbstretten, Perk. Haha. Komm her. Pfff. Was ein Bait. Was ein Bait. Was ne Person, alter. Ja. Genau. Wtf, alter. Was denkt die denn? Wer die ist. Die ist ja richtig gut. Haha. Wtf, alter. Wtf, alter hier. Damn. Zack. Let's go. Angriff. Jetzt gerade... Momentan haben wir aber gerade kein... Kein stealthy, äh, Ghostface. So wie ich das gerne hätte. Ja, du willst retten gehen. Nein, 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 nein. Genau. Hau du mal ab. Ah ja. Okay, die ist one shot. Oh, jetzt hab ich noch mal ein bisschen lang gestockt. Das zweite Mal. Aber, müsste egal sein. Yes. Yes. Schubub. Okay, Basement haben wir hier nicht. Aber, wir haben hier schön... ...einen Haken, der noch warm ist. Doink, doink. Okay, er hat sich vollgeheilt. Okay, Spuren gehen nach links. Was wir machen, ist hier ganz klar. Ich geh' erstmal hier rein. Hier sind Spuren. Was? Ich war doch schon... Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir haben ihn gestalkt, zur Hälfte. Alles gut. Das ist keine Ahnung, die sind hinten links lang gelaufen. Oh, hi. Oh mein Gott. Ich war grad voll verwundert, dass da einer sitzt. Einfach geschlagen. So Wendel-mäßig. Oh mein Gott, warum trifft das nicht? Aber das war jetzt grad einfach nur veräumt. Madame, Mademoiselle, ist ganz klar, dass wir zu dir kommen. Ganz klar, Mademoiselle. Shit. Oha, oha. Sind beide gestalkt. Okay, perfekt. Perfekt. Haben wir auch auf 99. Die haben wir auch auf 99. Den hau' ich nicht. Weil der ist für mich auch auf 90, der Typ. Ist ja dumm gewesen, den zu schlagen. Wie der hinter mir ist. Hi. Und tschüss. Komm mal her. Hier ist keiner. Oh, Palettenpöck, das wär's jetzt gewesen. Das wär's jetzt gewesen. Hallöchen. Dachtest auch, ich stoppt. Ich springe in den Schrank, Madame. Ja, okay, kein Hummel. Ist die hier lang gelaufen? Doch, da ist sie ja. Kein Fettetrop. Hi. Problem ist, wir können die grad nicht stalken. Oh, ach, das ist ja dieser, ach, stimmt, dieser Bug. Okay, wir gehen gleich da hinten hin. So, der geh ich nicht. Die holen uns später mit One-Shot. Hier ist das Blöde im Chase, die zu One-Shotten. Geben wir dir einen schlampigen mit. Der geben wir so einen mit. Lass ich jetzt mal bewusst liegen. So. Hi. So, die wollen wir nicht. Genau, bin ins Landing. Palette ist aber weg. Damit die auf dem Boden. Gute Snowchry covered, okay. Ach, ne Minute, ich hab keine Ahnung. Irgendwas rum ist. Ah ja, perfekt. Ab mit dir an den Haken. Zack. Die heißt, die macht da hinten den Gen. Kein Problem, die ist auf nur 90%. Back damit. Und dafür den Stalk. Dafür, äh, das Vollheelen, mein ich. Okay, wo immer die Clodette ist. Wenn sie noch hier ist. Der, 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 der. Daran da. Ich glaub, die war da hinten. Am Jen dran. Gucken, ob die tot ist wegen dem Flüster. Okay, hier ist keiner. Okay. Aber so auf jeden Fall sollte man Ghostface spielen, den nicht zwangsläufig eine Person verfolgen, sondern immer versuchen auf einer 90 zu stalken und dass du dann ein Fenster findest, über Stealth wieder zurück zu den Leuten, um die drin zu bonshotten. Weil somit hast du auch nicht einen einzigen Look mit denen. Du läufst nicht mit denen hier im Kreis rum so unbedingt. Es gibt Situationen, da macht man das mal, ja, aber im Regelfall sollte man das nicht machen. Die Spuren waren gerade interessant. Hol mich raus, gerne. Da hinten. Ach, hier oben. LOL. Hier oben. Ach, fuck. Jetzt hab ich den voll gemockt. Naja, ist egal bei den Leuten jetzt hier. Bei der Prozentanzeige. Fensterwolken, yes. Gucken wir mal, ob das reicht jetzt hier zeitlich. Blattlast ist ja noch da. Genau, dreh mal um, geh mal nicht wieder zum Fenster da. Ah ja. Aber es war trotzdem ein bisschen zu früh. Das hätt ich auch später noch machen können mit dem Stalk. So, und jetzt heißt es noch zur DNA gehen. Kein Problem. Geflüstert ist ja auch an. Ach, was ein Zufall. Ich lauf direkt zu ihr. Einfach hack aktiviert. Ich hab geflüstert dazu an, aber so richtig gut. Ja, komm. Gönn mir. Gönn mir die Palette. Nein, da lang läufst du nicht. Komm, wir haben mit der ein bisschen mehr Spaß. Ich könnte mir jetzt auch so schlagen. Hätte ich auch gerade schon schlagen können, aber... ...die Runde ist eh vorbei. Hehehe. Haiyyo. Naja, soviel dazu näher. Soviel dazu. Ob da den Haken. Einfach richtig so straight zu. Der so... Mohoi. Zack. Da hinten war die eben. Komm, ich ring vom Haken. Ich weiß noch, warum ich dich heißen. Das war ja gar nichts. Ich dachte, die hat mehr drauf. Aber das war nur wegen der Scheck. Dass sie da ein bisschen länger ausgehalten hat. Weil die Scheck ein guter Spot ist. Bom. Bum. Tänzel ist Tänzel. Haiya. Trieb.